Herzlich willkommen zu diesem Video über die Gumbelsche Extremwertverteilung, die nach Emil Julius Gumbel benannt ist. Man findet diese Verteilung manchmal auch unter dem Namen Doppelt-Exponentialverteilung und wir werden gleich sehen, warum. Auch die Bezeichnung Typ 1 Extremwertverteilung ist geläufig. Das Attribut Extremwert rührt daher, dass die Gumbelsche Extremwertverteilung eine von drei überhaupt möglichen Grenzverteilungen für maximal von unabhängigen und identisch verteilten Zufallsvariablen ist. Ich werde am Ende des Videos kurz darauf eingehen. Im Folgenden spreche ich meist kurz von der Gumbelverteilung. Die Gumbelverteilung hat zahlreiche Anwendungen, zum Beispiel in der Hydrologie und in der Meteorologie. Und sie ist eine ganze Familie von Verteilungen, die analog wie die Familie der Normalverteilungen durch affine Transformation aus einer Mutterverteilung hervorgeht. Man nennt solch eine Verteilungsfamilie eine Lokationsskalenfamilie. Unter der Normalverteilung ist die Mutterverteilung die Standard-Normalverteilung. Wie sieht es bei der Gumbelverteilung aus? Wir sagen, eine Zufallsvariable x0 habe eine Standard-Gumbelverteilung, falls sie folgende Verteilungsfunktion besitzt. Ich bezeichne diese Verteilungsfunktion mit f0. Es ist also für jedes reelle x f0 von x definitionsgemäß gleich dieser Wahrscheinlichkeit und die sei gegeben durch e hoch minus e hoch minus x und das für jedes reelle x. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man sich bei der Gumbelverteilung merken muss. Jetzt wird auch klar, warum die Verteilung auch manchmal als doppelt Exponentialverteilung bezeichnet wird. Ich führe für diese Verteilung eine Abkürzung ein. Und zwar schreibe ich kurz x0 tilde gu01, falls x0 die Verteilungsfunktion f0 besitzt. Warum hier 0 und 1 stehen, wird gleich klar, wenn wir die allgemeine Gumbelverteilung eingeführt haben. Man mache sich klar, dass f0 alle Eigenschaften einer Verteilungsfunktion besitzt. Insbesondere konvergiert f0 von x für x gegen minus unendlich gegen 0 und für x gegen unendlich gegen 1. In Teil B der Definition führen wir jetzt einen Lageparameter µ und einen Skalenparameter Sigma ein. Dann nennt man die Verteilung der Zufallsvariablen x, die aus x0 durch diese affine Transformation hervorgeht, Gumbelverteilung mit Lageparameter µ und Skalenparameter Sigma und verschreiben kurz x tilde guµ Sigma, wenn x diese Verteilung besitzt. Jetzt wird auch die Bezeichnung in a klar, wenn wir µ gleich 0 und Sigma gleich 1 setzen. Wir können unmittelbar die mit f bezeichnete Verteilungsfunktion von x angeben, denn nach Definition ist f von x gleich dieser Wahrscheinlichkeit. Wenn wir diese Ungleichung umschreiben, folgt dieses Gleichheitszeichen und diese Wahrscheinlichkeit ist gleich f0 an der Stelle x minus µ dividiert durch Sigma und somit gleich diesem Ausdruck. Die Botschaft dieser Folie sollte ganz klar sein. Entscheidend ist die Standard-Gumbelverteilung. Jede andere Gumbelverteilung ergibt sich daraus durch eine affine Transformation. Im Folgenden sollen einige wichtige Eigenschaften der Standard-Gumbelverteilung vorgestellt werden. An manchen Stellen wird man vielleicht pausieren und Papier und Bleistift zur Hand nehmen müssen, aber das ist bei manchen meiner Videos so. Wir sehen uns zunächst die Dichte der Standard-Gumbelverteilung an und ich nehme dazu die Verteilungsfunktion dieser Verteilung als Memo auf die nächste Folie. F0 ist stetig differenzierbar und streng monoton wachsend und wir erhalten somit die mit klein f0 bezeichnete Dichte von x0 durch Differenziation. Mithilfe der Kettenregel ergibt sich dieser Ausdruck. Der Graph von F0 besitzt diese Gestalt. Was auffällt, ist eine ausgeprägte Asymmetrie. Die Werte der Dichte steigen zunächst schnell an und fallen nach Erreichen des bei 0 liegenden Maximums langsamer wieder ab. Der Wartungswert von x0 liegt an dieser Stelle, die etwas größer als 1,5 ist. Wir werden diesen interessanten Erwartungswert gleich herleihen. Der Median von x0, also der Wert, bei dem von links kommend die Hälfte der Gesamtfläche zwischen dem Graphen von F0 und der x-Achse aufgelaufen ist, ist etwas kleiner als der Erwartungswert. Setzen wir im Memo F0 von x gleich 1,5, so können wir leicht nach x auflösen und erhalten Minus-Log von Log 2. Dabei bezeichnet Log den natürlichen Logarithmus. Auf vier Nachkommastellen genau ist das der Median der Standard-Gumbelverteilung. Da eine Zufallsvariable x mit einer allgemeinen Gumbelverteilung als affine Transformationen Sigma x0 plus µ aus x0 hervorgeht, ist der Erwartungswert von x gleich Sigma mal dem Erwartungswert von x0 plus µ und dieses Gleichheitszeichen überträgt sich auch auf die entsprechenden Mediane. Außerdem ist die Varianz von x gleich Sigma² mal der Varianz von x0. Kennen wir also Erwartungswert und Varianz der Standard-Gumbelverteilung, so kennen wir diese Größen für jede Gumbelverteilung. Man mache sich klar, dass nicht nur der Erwartungswert und die Varianz von x0, sondern für jede natürliche Zahl k das k-te Moment von x0, also der Erwartungswert von x hoch k, existieren. Sehen wir uns als nächstes Erwartungswert und Varianz von x0 an. Ich nehme dazu die Dichte von x0 als Memo auf die nächste Folie. Ich formuliere das Ergebnis als Satz. Ist x0 Standard-Gumbelverteilung, so ist der Erwartungswert von x0 gleich einer berühmten, meist mit c, oft aber auch mit Gamma bezeichneten Konstanten. Dieses c ist definitionsgemäß gleich diesem Grenzwert, der auf 5 Dezimalen genau durch 0,57721 gegeben ist und damit wie im Plot der Dichte gesehen etwas größer als 1,5 ist. Man nennt c zu Ehren von Leonard Euler und Lorenzo Mascheroni die Euler-Mascheroni-Konstante. Wer mehr darüber wissen möchte, ich habe dazu ein eigenes Video gemacht. Der zweite Teil des Satzes betrifft die Varianz und die ist interessanterweise gleich Pi²6. Warum ergeben sich diese beiden Werte? Nun, der Erwartungswert lässt sich bekannterweise als Integral über x mal f0 von x dx ausrechnen. Wenn wir f0 von x aus dem Memo einsetzen, ergibt sich dieses nicht schön aussehende Integral. Das schreit geradezu danach, die Substitution y gleich e hoch minus x zu versuchen und damit erhält man dieses etwas einfache aussehende Integral. Bevor wir hier weitermachen, sehen wir uns an, auf was die Bestimmung der Varianz führt. Wenn wir den Erwartungswert von x0² kennen, kennen wir auch die Varianz, denn wir müssen hiervon nur das Quadrat des Erwartungswertes subtrahieren. Der Erwartungswert von x0² ist aber das gleiche Integral wie eine Zeile darüber, nur dass wir anstelle von x jetzt x² setzen müssen. Mit der oberen Substitution ergibt sich dann dieses Integral. Ich nehme diese beiden Integrale einmal als Memo auf die nächste Folie. Weiter kommt man jetzt mit Hilfe der Gamma-Funktion, über die auch ein eigenes Video existiert. Diese Funktion ist für positives x definiert über dieses uneigentliche Integral, das wir auch in dieser Form schreiben können. Jetzt benötigen wir Resultate aus der Analysis. Die Gamma-Funktion ist beliebig oft differenzierbar und Ableitungen können unter dem Integralzeichen durchgeführt werden. Somit ist die Ableitung der Gamma-Funktion gleich diesem Integral, wobei sich der Integrant aus dem Integranden eine Zeile darüber durch Ableiten mithilfe der Kettenregel nach x ergibt. In gleicher Weise ergibt sich die zweite Ableitung zu diesem Integral. Was folgt daraus für die im Memo stehenden Integrale? Setzen wir in dem zu Gamma-Strich gehörenden Integranden x gleich 1, so ergibt sich der Erwartungswert von x0 zu minus Gamma-Strich an der Stelle 1 und wir müssen uns noch überlegen, dass das gleich der Euler-Maskaronischen Konstanten c ist. Setzen wir im Integranten eine Zeile darüber x gleich 1, so ergibt sich der Erwartungswert von x0² zur zweiten Ableitung der Gamma-Funktion an der Stelle 1. Wir müssen noch zeigen, dass das gleich pi²⁶ plus c² ist, denn die Varianz von x0 soll ja gleich pi²⁶ sein. Um hier weiterzukommen, hilft eine alternative Darstellung der Gamma-Funktion, nämlich als Grenzwert dieser Quotienten, die auf Karl Friedrich Gauss zurückgeht und Gauss'sche Produktdarstellung genannt wird. Jetzt kommt aber noch eine entscheidende Idee. Wir betrachten nämlich den Logarithmus. Da der Logarithmus eine stetige Funktion ist, ist der Logarithmus des Limes gleich dem Limes des Logarithmus und damit der Limes dieser Summe. Ich nehme dieses Resultat als Memo auf die nächste Folie. Wir sehen uns jetzt diesen Quotienten an. Der ist nach der Kettenregel die Ableitung des Logarithmus der Gamma-Funktion. Wir differenzieren in der Darstellung im Memo gliedweise und ich begründe gleich, warum das erlaubt ist. Diese Ableitung ist also gleich dem Limes und jetzt kommt gliedweise Differenzation. Der Logarithmus von n-Fakultät ist eine Konstante, die fällt weg. Und von x mal log n erhalten wir den Logarithmus von n und subtrahieren müssen wir diese Summe. Gliedweise Differenzation ist erlaubt, weil das, was rechts vom letzten Limes steht, eine Funktionenfolge in x ist, die auf jedem kompakten Teilintervall der positiven reellen Zahlen gleichmäßig konvergiert. Wenn wir jetzt x gleich 1 setzen, folgt, da Gamma von 1 gleich 1 ist, dass die Ableitung der Gamma-Funktion an der Stelle 1 gleich diesem Grenzwert ist. Man beachtet, dass ich in der Summe schräg darüber x gleich 1 gesetzt und eine Indexverschiebung vorgenommen habe. Der letzte Summanden für k gleich n plus 1 spielt für den Grenzwert keine Rolle und so ergibt sich nach Definition das Negative der Euler-Mascaroni-Konstante. Damit ist Teil A des Satzes bewiesen. Um Teil B zu beweisen, leiten wir diesen Quotienten hier noch einmal ab. Nach der Quotientenregel entsteht dieser Bruch. Der ist aber gleich der zweiten Ableitung des Logarithmus der Gamma-Funktion. Dessen erste Ableitung ist der Limes in der Zeile nach dem Memo. Wir dürfen wieder gliedweise differenzieren. Der Logarithmus hier fällt weg und die Ableitung von 1 durch x plus j ist minus 1 durch x plus j in Klammern zum Quadrat. Somit erhalten wir diesen Grenzwert für die zweite Ableitung. Setzen wir wieder x gleich 1, so ergibt sich wegen Gamma von 1 gleich 1 Gamma 2' von 1 und wegen Gamma Strich von 1 gleich minus c wird c Quadrat abgezogen. Wenn wir hier für x 1 einsetzen und k gleich 1 plus j setzen, steht rechts diese unendliche Reihe und deren Grenzwert ist Pi Quadrat Sechstel. Damit ist auch Teil B bewiesen. Wir können jetzt eine unmittelbare Folgerung ziehen. Hat x eine Gumbelverteilung mit Parametern µ und Sigma, so ist der Erwartungswert von x gleich Sigma mal c plus µ und die Varianz von x ist gleich Sigma Quadrat mal Pi Quadrat Sechstel. Wir werden jetzt sehen, dass ein einfacher Zusammenhang zwischen der Standard-Gumbel und der Standard-Exponentialverteilung besteht. Ich nehme hierzu die Verteilungsfunktion der Standard-Gumbelverteilung auf die nächste Folie. Der angekündigte Zusammenhang ist wie folgt. x0 hat eine Standard-Gumbelverteilung genau dann, wenn e hoch minus x0 eine Standard-Exponentialverteilung, also eine Exponentialverteilung mit Erwartungswert 1, besitzt. Der Beweis ist schnell erbracht. Um diese Richtung zu zeigen, sei t eine beliebige positive Zahl. Die Wahrscheinlichkeit, dass e hoch minus x0 höchstens gleich t ist, ist gleich dieser Wahrscheinlichkeit und damit gleich der Wahrscheinlichkeit, dass x0 größer gleich minus dem Logarithmus von t ist. Statt größer gleich können wir auch größer schreiben und erhalten durch Komplementbildung 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass x0 kleiner gleich minus log t ist, also 1 minus f0 an der Stelle minus log t. Setzen wir für x oben im Memo minus log t ein, so ergibt sich 1 minus e hoch minus t. Somit besitzt e hoch minus x0 eine Standard-Exponentialverteilung. Für die umgekehrte Richtung sei x eine beliebige reelle Zahl. Wir müssen zeigen, dass diese Wahrscheinlichkeit gleich f0 von x ist. Wenn wir beide Seiten der Ungleichung mit minus 1 multiplizieren, ergibt sich dieses Gleichheitszeichen und jetzt wenden wir die e-Funktion an und erhalten dieses Gleichheitszeichen. Weil e hoch minus x0 eine Standard-Exponentialverteilung besitzt, ist diese Wahrscheinlichkeit gleich e hoch e hoch minus x, was zu zeigen war. Mit diesem Zusammenhang ergibt sich sofort die momentenerzeugende Funktion von x0. Ist x0 Standard-Gumbel verteilt, so ist die mit m bezeichnete momentenerzeugende Funktion von x0 an der Stelle t durch diesen Erwartungswert definiert. Ich behaupte, dass dieser Erwartungswert für jedes t kleiner als 1 existiert und durch die Gamma-Funktion an der Stelle 1 minus t gegeben ist. Zum Beweis schreiben wir den Erwartungswert in dieser Form. Da e hoch minus x0 Standard-Exponentialverteilung ist, ist dieser Erwartungswert das Integral von 0 bis unendlich über x hoch minus t mal e hoch minus x dx, also gleich diesem Integral. Für jedes t, für das 1 minus t größer als 0 ist, also für jedes t kleiner als 1, ist das die Gamma-Funktion an der Stelle 1 minus t. Für jede natürliche Zahl k erhält man das Karte-Moment von x0, also den Erwartungswert von x0 hoch k, als Karte-Ableitung der Momenten erzeugenden Funktion an der Stelle 0. Hieran sieht man insbesondere nur einmal, dass der Erwartungswert von x0 gleich minus Gamma-Strich von 1 und das zweite Moment gleich Gamma-2-Strich von 1 sind. Man kann Realisierungen einer Gumbel verteilten Zufallsvariablen sehr einfach simulieren. Da jede Gumbelverteilung durch affine Transformation aus der Standard-Gumbelverteilung hervorgeht, kommt es hierbei nur auf diese Verteilung an und deren Verteilungsfunktion zeigt noch einmal das Memo. Für Gegebenes u aus dem offenen Einheitsintervall kann man die Gleichung u gleich f0 von x ganz leicht nach x auflösen, indem man zweimal hintereinander erst logarithmiert und dann das negative Vorzeichen bildet. Die Quantiltransformation, über die ich ein eigenes Video gemacht habe, liefert dann folgendes Resultat. Ist u eine Zufallsvariable mit einer Gleichverteilung im Einheitsintervall, so hat diese Zufallsvariable eine Standard-Gumbelverteilung. Zum Schluss des Videos möchte ich noch andeuten, warum die Gumbelverteilung als Extremwertverteilung bezeichnet wird. Es sei dazu x1, x2 usw. eine Folge unabhängiger und identisch verteilter Zufallsvariablen und es sei mn das Maximum von x1 bis xn. Die Realisierungen von mn liefern also in Bezug auf große Werte den extremsten Wert unter den Realisierungen von x1 bis xn. Ein klassischer, fast 100 Jahre alter Satz von Fischer und Tippett besagt nun, Falls es überhaupt reelle Folgen a, n und b, n mit positiven b, n's gibt, sodass diese Folge in Verteilung gegen eine nicht ausgeartete Verteilungsfunktion g konvergiert, so gibt es für g bis auf eine affine Transformation des Argumentes nur drei mögliche Verteilungsfunktionen. Eine davon ist die Verteilungsfunktion der Standard-Gumbelverteilung. Ein einfaches Beispiel hierfür ist der Fall, dass die xj Standard-Exponential verteilt sind. In diesem Fall konvergiert die Folge mn minus Logarithmus n gegen die Standard-Gumbelverteilung. Das heißt a, n ist gleich dem Logarithmus von n und die b, n's sind sämtlich gleich 1. Dieses Beispiel wird ausführlich in meinem ersten Video zur Verteilungskonvergenz behandelt. Ja, dieses Video ist schon recht lang geworden und wir sind am Ende angelangt. Ich bedanke mich herzlich fürs Anschauen und für Hinweise und konstruktive Kritik bin ich wie immer dankbar. Die��ungsfunktionen Vielen Dank.